Laura, John und Emily hatten eigentlich gehofft ein paar schöne Tage in Paris zu verbringen. Doch die drei werden kurzerhand in einen dramatischen Fall verwickelt. Achtung! Es folgen Spoiler! Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, das Warten auf das GZSZ-Special hat endlich ein Ende. Seit dem 16. November 2023 ist die Folge in Spielfilmlänge auf RTL Plus abrufbar. Im TV könnt ihr euch das Spektakel am 23. November 2023 ansehen. Darin geht es für Laura, Krüssenzi Kavasi und John, Felix von Ya'ov, im Rahmen ihrer Hochzeitsreise nach Paris, der Stadt der Liebe. Und auch Johns Schwester Emily, Anne Menden, zieht es dorthin. Die Taschendesignerin darf auf einer bekannten Fashion Show ihre neueste Kollektion vorstellen. Zudem erhofft sich Emily von dem Kurztrip, endlich nicht mehr an ihren Ex Sascha, Daniel Noah, denken zu müssen. Doch sowohl für sie, als auch für John und Laura kommt alles anders. Während das frisch vermählte Ehepaar kurzerhand vor einer Zerreißprobe steht, wird Emily mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und gerät dadurch sogar in Lebensgefahr. John deckt Lauras kriminelles Vorhaben auf. Ist ihr Eheglück nun in Gefahr? Nach dem Besuch bei Lauras Familie in Griechenland, zieht es das Paar zum Ende seiner Flitterwochen für ein paar romantische Tage nach Paris. Doch was John nicht ahnt, Laura hat die französische Hauptstadt nicht ohne Hintergedanken gewählt. Sie verfolgt einen geheimen Plan, welcher mit einem mysteriösen Koffer, den ihr Bruder Moritz, Lennart Borchardt, ihr bringt, zusammenhängt. Dieser verschwindet jedoch kurze Zeit später spurlos. Laura gerät in Panik. Auf der Modenschau von Emily findet sie das Gepäckstück glücklicherweise wieder. Ihr Versuch, den Koffer an sich zu nehmen, bleibt von John jedoch nicht unbemerkt. Er stellt Laura mitsamt des Gepäckstücks auf der Flucht aus einem Fenster des Männerklos. Wird sie ihm nun endlich die Wahrheit über ihren Paris-Trip erzählen? An einem ruhigen Platz, an der seine weiht Laura John in ihr Geheimnis ein. Sie hat nicht alles Geld, das sie vor wenigen Monaten den Kryptoleuten nach ihrem Flugzeugabsturz gestohlen hat, der Polizei gegeben. Anderthalb Millionen behielt sie als Schmerzensgeld. Und eben diese befinden sich nun in dem Koffer. In Paris wollte sie damit Geldwäsche betreiben. Als John das erfährt, ist er völlig entsetzt. Kann er Laura so noch vertrauen? Enttäuscht lässt er seine Frau stehen und geht. Es scheint, als wäre ihre Ehe zu Ende, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Doch dann entschließt sich Laura gegen den geplanten Deal. Gemeinsam mit John überlegt sie, was sie nun mit dem Koffer voll Geld anstellen soll. Eine Lösung zu finden ist aber gar nicht so leicht. Für John steht jedenfalls fest. Sie behalten das Geld auf keinen Fall. Doch auch das Verschenken an eine x-beliebige Person kommt für die beiden nach kurzer Überlegung nicht in Frage. Somit bleibt das Gepäckstück erst einmal weiter in ihrem Besitz. Und das ist auch gut so. Denn wie sich herausstellt, wird das Geld noch ein Menschenleben retten. Emily steht in Paris plötzlich Sascha gegenüber. Während sich John und Lauras Beziehung zu einer Belastungsprobe entwickelt, hat Emily mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen. Eigentlich war sie nach Paris gekommen, um ihre Gedanken von Sascha zu befreien. Das scheint vorerst auch zu klappen. Am Abend vor der Fashion Show lernt sie den charmanten Barkeeper des Hotels kennen und lässt sich prompt auf eine abenteuerliche Nacht mit ihm ein. Von dem harmlosen Flirt beflügelt, macht sie sich tags drauf für ihre Fashion Show bereit. Und diese ist ein voller Erfolg. Überglücklich lässt sich Emily nach gelungener Show auf dem Laufsteg feiern. Doch dann erblickt sie in der Menschenmenge ein ihr durchaus sehr vertrautes Gesicht. Hat sie gerade wirklich Sascha im Publikum gesehen? Da ist Emily sich selbst nicht mehr so sicher. Jegliche Zweifel an ihrer eigenen Wahrnehmung werden kurz darauf jedoch aus dem Weg geräumt. Denn auch der Barkeeper hat Sascha gesehen. Und nicht nur das, er konnte sogar seine Adresse ausfindig machen. Emily ergreift direkt ihre Chance. An besagter Adresse angekommen, kann sie ihren Augen kaum trauen. Sascha öffnet ihr tatsächlich die Tür. Und auch der Ex-Kommissar ist sichtlich überrascht. Anstatt sich in die Arme zu fallen, stellt Emily Sascha zur Rede. Schließlich hat er sie nur wenige Wochen zuvor ohne jegliche Vorwarnung in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen. Und dann auch der Arme zu machen. Und dann kann er ihnen ja Polk von Kenders erkennen. Eine 앞에 auf 번�iotische Anzahl, was sich das für schlechten und Schw kilometern erleuert. Und dann bin ich von Lyon, weiß ich ja noch nie. Und dann sagt man, lass ich mich zu electern. Vielen Dank.